So, hallo, wir machen weiter beim Mario Maker, nochmal im Abenteuer-Modus und letztes Mal haben wir die Shell Jump Challenge von Incuative Blue Bear geschafft, also das Tutorial, das war keine Challenge in dem Sinne. Und jetzt machen wir hier weiter. Er will einen Auftrag, dass wir einen Auftrag machen, also machen wir den Auftrag. Sonst macht er mich weiter und das wollen wir nicht, denn wir wollen, dass er weitermacht. Außerdem braucht man 1100 Münzen für die nächste Gebäude-Dings. Was? Ah ja. Ach du Schande, ist der schwer. Ach Gott, ach Gott, okay. Verstanden. Kann ich den werfen? Aber nach oben kann ich den nicht werfen, ne? Okay. Ja gut, da könnte man jetzt aber... Ne, wir wollen einfach weiter. Yay. Gut, wir haben einen Steinquader dabei. Hurra. Plopp. Plopp. So, du machst jetzt auch weiter. Oder würdest zumindest weitermachen. Gut. Aber auch das wird wahrscheinlich teurer, wenn der eine schon 1100 kostet. Machen wir es mit den Kollegen hier. Ja, los geht's. Da geht es jetzt um die Wolke. Die eben weggenommen wurde. Na dann, auf geht's. Kleine Lakitu-Challenge. Hä, da drüben ist schon das Ziel? Ah, hält die Wolke nur so kurz? Oh. Das ganze Level ist nur so kurz. Ja dann... ...lassen wir das einfach. Mit den 10 Münzen da oben. Okay. So, Abflug. Ah, ja. Yo. Also, jetzt können alle weitermachen. Das heißt, wir müssen unten die normalen Aufträge weiterführen, ja? Was nicht geht. War klar. Ach du, Schande. Na gut, wie viel Geld kriege ich denn da für die Aufträge? 2, 3, 4, 5, 6. Uff. Das wird dauern. Ah, das ist wieder so ein nicht springen Level. Let's go! Auf geht's. Auf geht's. Ah ja. Für die, die zu doof sind, zurückzulaufen. Alles klar. Das sieht cool aus. Wait. Ah, ich wollte gerade sagen, wenn ich da runterfalle, verliere ich ja. Uff. Ja, auf geht's. Was? Ich muss... Oh, nee. Oh, das ist frech. Oh, no. Oh, das ist frech. Das ist ja richtig frech. Das war dumm. Ah, das ist ja wirklich frech gerade gewesen. Ich dachte, ich kann da einfach runter. Ich muss da drauf warten. Oh, yeah. Ach, geh, alter. Der macht mich aggressiv. Als wieder dieses dumme Symbol da eingeblendet wird. So ist der nicht. Ich will das nicht. Braucht doch kein Mensch. Oh, no. Ich hätte warten sollen. So. Okay, gut. Ich hab nichts! Alter! Ich hab nichts dergleichen gemacht. Nintendo, please. Euer eigenes Gimmick sollte schon funktionieren. Man, man, man! Ist das... Oh, Gott sei Dank, ich dachte schon. Ähm. 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 Okay. Uff. Oh, ich verstehe. Ja gut, das wäre jetzt für das Leben. Das könnte man sich jetzt hier holen, aber... Aber verhauen... Nicht so wichtig. Ähm. 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 Kann ich einfach in die Tür ohne den hier oder irgendwie... Ich hab grad echt Bedenken, ne? Okay, kann ich. Ähm. Ah. Reicht nicht. Ja. 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 Oh. 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 Oh, du Scheiße. Ach, du Schande. Das ist das Ziel. Yes! Gott! Deswegen. Uh. Das heißt, wenn ich schneller gewiss wäre, wäre da vielleicht noch eine Münze oder sowas gewesen. Eine große. Das kann sein. Uh, das war ein interessantes Level. Meine Güte. Okay, jetzt kann man eins einsetzen. Immerhin. Let's go. Vier Stück. Dann kann ich jetzt auch zu dem Frosch zurück. Wobei, nein. Das mache ich dann, wenn... Wenn der andere auch losläuft, oder? Ich weiß es nicht. Kriegen wir jetzt teurere Aufträge? Nein, immer noch nicht. Wilder Kutschenritt. Ist das so ein Auto? Ah, nee. So eine Clown-Kutsche. Okay. Ja. Nice. Das war's für heute. Das war's für heute. Ach, wenn ich die Feuerblume hab, will ich einen Kranzer drauf hier haben. Oh. Verstanden. Sick. Oh, hier wird's nicht. Ah, das geht auch nicht. Ne, dann lass ich das. Ja, und jetzt? Ach so, der geht trotzdem, okay. Verstanden. Jetzt kommt noch Bowser, ne? Ja gut, oder sowas. Irgendwann komm ich schon da durch, jetzt. Oder auch nicht. Jo. Hörst du dich einfach mal... Alter. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Oh mein Gott. Alles klar. So, tschüss. Oh Mann. Das hätten wir auch eher haben können. Yay. Geld regiert die Welt. Kettengreifer, Hängepartie. Ja, let's go. Let's go. Wir brauchen wieder 1100 für die andere Seite. Auf. Da komm ich nicht ran. Ach nee, oder? Ach so, nee. Ah, verstanden. Okay. Der lässt ihn immer da los, wo ich bin. Ah. Dumm. Wofür ist das Ding in der Mitte? Keine Ahnung. Ist das dein Ernst? Oh nee, nicht von vorne, oder? Oh, so ein Quatsch. Vielleicht kommt Luigi wieder. Ah, super. Ah. Ich verstehe halt nicht, was der Block in der Mitte soll. Ist da ein Pilz drin, oder sowas? Ach. Das ist ein Pilz. Not für den. Oh, der ist das. Ah. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Nein! Nein! Du bist doch so ein Doofnuss! Dankeschön! Es ist dein Ernst! Oh mein Gott! Fahr das Ding halt bitte runter! Lass mich da rein! Grrrr! Wow! Ah, ich wollte die 10 Münzen eigentlich noch gerne holen, aber dann halt nicht! Dann halt nicht! Das war ein komisches Level! Blöd, dass die anderen nicht auch gleichzeitig aktiv sind! Dann könnte man die gleichzeitig alle bauen! Handstand auf allen Bäumen und erreiche das Ziel! Okay! Dann tun wir das! Nein! Das war frech! Das war's! Das war's! Das war's! Ja! Das war's! 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 Welche Bäume habe ich denn übersehen? Bin ich komplett dumm? Habe ich jetzt echt Bäume auf dem Weg hierher übersehen? Die muss ich ja alle mitgeben. Hä? Ich muss das übersehen? Hä? Oh. Habe ich den da nicht mitgenommen? Hä? Bei irgendeinem muss ich alles abgelenkt gewesen sein und den nicht mitgenommen habe. Den habe ich nicht mit Glück. Bin ich denn komplett dumm? Es war so klar. Habe ich den einfach vergessen? Ja, gut. Ja, gut. Hm? Wenn man halt so blöd ist, dann äh, passiert das. Uff. Ich gibt's doch nicht. Wie nen schön Scanner. So, dann ist der letzte der da draußen. Jetzt passt die Geschichte. Aber war schon merkwürdig, ne? War schon merkwürdig. Gut. Plopp. Cheep Cheep Schwärme. Also werden wir schwimmen. Juhu. Let's go. Oh mein Gott. Das ist halt denen ihr Ernst. Scheiße. Oh, ne Shit, geh weg. Ne echt nicht. Kein Checkpoint bisher. Danke. Oh mein Gott. Aber ja, mit dem Checkpoint, das ist alles okay. Na klar. Gut. Ah, nice. Damit kann ich leben. Oh yeah, Mario-Time! Zack, fertig. Wieso dauert das untere Ding länger und ist teurer, aber viel kleiner als das untere. So rum. Halt, stopp. Ja, genau deswegen. Aha. Aha. Okay. Will ich erstmal die kleinen Sachen weitermachen? Drei Stück. Okay. Okay. Schon wieder die Feuer-Klauen-Kutsche. Okay. Oh, diesmal ein SMW. Okay. Das wollte ich nicht. Das ist dir nicht ernst. So. Geh weiter. Ja. Also, ich muss halt sagen, es ist ein cooler Modus, der Abenteuer-Modus. muss aber so wirklich umhauen, tut mich jetzt eher das normale, also die User-Level sozusagen. Also, der ist ganz nett, aber das war's dann irgendwie auch. Also, der ist ganz nett, aber das war's dann irgendwie auch. Wie es wie Sie ist. Oh, nein! Oh, nein! Oh, jetzt war ich ungeduldig. Oh mein Gott, hi. Häää! Mh. Das war nicht nett. Jetzt bin ich ungeduldig. Sorry. So. Oh no. Wieso kann ich dem nicht vernünftig... Oh mein Gott. Das geht so schnell hoch immer. Das raffe ich immer gar nicht. Hä? Vorhin ist er doch in lauter Stacheln explodiert. Warum jetzt nicht? Oh mein Gott. Ach. Der schießt... Der schießt die von selber. Der ist gar nicht in die explodiert. Alter. Lösch dich, Luigi, ganz im Ernst. Das sieht doch schon deutlich besser, aber... Denk gar nicht erst drin. Denk gar nicht erst drin. Also... Qualität? Ah, verstanden. Noice. Schön viele Münzen. Haus. Brauchen wir. We need coins. 700 im besten Fall. Das sind noch keine 700. Oh, aber das ist immer wieder da, ja? Wie viele sind das? 10 Stück? Ich glaube ja. Ich habe nicht hingeguckt. Gut, aber an der Stelle schließen wir ab. Ich denke, wir werden uns erst mal wieder nächstes Mal um normale Lämmel kümmern. Nicht um den Abenteuer-Modus. Der ist ganz nett, aber die ganze Zeit ist er dann doch auch nicht so. Das ist immer mal ein Part, ja, aber keine zwei. So. Danke fürs Zuschauen. Und ich gehe nochmal kurz in die Mitteilungen. Aber ich glaube, da ist nichts Neues. Ne, das kennen wir schon. Das haben wir auch schon gesehen. Gut. Und tschüss. Okay. Ja.